Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer Runde EskiHero, yeah, ich spiele den neuen Spielmodus endlich mal. Nachdem er jetzt schon, ich glaube, einen Tag lang draußen ist oder so und wahrscheinlich seht ihr das Video erst morgen, deswegen schon zwei Tage und so, bla bla bla. Auf jeden Fall werde ich euch das Spiel gleich mal erzählen, falls ihr das noch nicht kennt oder was heißt erzählen, ich werde es euch erklären. Aber erstmal muss ich euch was richtig cooles sagen und zwar habt ihr es wahrscheinlich schon gesehen, ich habe ein neues Intro von Slime bekommen und das ist richtig nice geworden. Also ihr könnt mir auf jeden Fall mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, weil es ist halt, ja also, oh ich muss kurz, oh mein Gott. Ja, weil ich finde das Intro eigentlich ziemlich nice, ich finde es vielleicht einen Ticken lang, wie eine Sekunde oder so, aber okay, eine Sekunde ist jetzt auch nicht so schlimm. Aber auf jeden Fall finde ich es eigentlich richtig, richtig geil und ihr könnt mir auf jeden Fall mal eure Meinung darüber in die Kommentare schreiben, würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, wie ihr das Intro findet. Also was ihr zum Beispiel gut daran findet, was vielleicht nicht so gut und ich denke mal, dass wir ihn auch freuen, wenn er weiß, was er halt verbessern könnte, so eventuell, wenn es da was gibt. Weil ich finde es eigentlich schon ziemlich nice eigentlich, vor allem ist es rot und rot ist ja eh die geilste Farbe überhaupt. Die Minken hier sind laut, ja der hat es begriffen, weil in dem Spiel wurde es hier, ist das nämlich nicht erlaubt zu teamen, also ich weiß, wie soll ich ihn erklären, wahrscheinlich kennt ihr den eh schon alle. Deswegen sage ich jetzt nochmal kurz was und zwar der liebe Slime, der hat mir das Intro ja gemacht, der ist voll korrekt und so und ich meinte zu ihm, dass wir, wenn wir bei seinem Intro, also bei seiner Version von, also sein hochgeladenes Video quasi, also er hat das Video ja, er hat das Intro ja auch hochgeladen, so rum endlich. Ähm, und wenn, also ich habe ihm gesagt, wenn wir da 100 Likes schaffen, ob er da einen Besen frisst, dann meinte er so, ja wahrscheinlich und so, ne. Also ich habe keine Ahnung, ob er das ernst meinte, aber auf jeden Fall hatte das Video den eh auch nicht gelistet, gestellt, richtig gar, es liegt. Ähm, nein Spaß, er ist ziemlich cool. Und er macht auch voll gute Intros, also okay, ich werde euch jetzt nicht zu sehr von, also beeinflussen, aber ihr könnt mir auf jeden Fall, wie gesagt, schreiben wie ihr das findet, würde mich auf jeden Fall interessieren. Ähm, und ja, so, was gibt es da noch zu erzählen? Ja, SG-Hero spielen wir gerade, das ist ein neues Spielmodus auf 5, das habe ich schon ein paar Mal erzählt. Und ich werde ihn euch jetzt einfach einmal kurz erklären, und zwar ist es eigentlich eine Runde SG. Ähm, man hat halt, also es gibt die normalen SG-Maps halt, und man hat jetzt drei Minuten Zeit, um die Maps zu looten. Bei 30 Sekunden werden dann nochmal alle Chests refilled, also es ist quasi eine Runde SG halt in schnell, und man muss halt nur looten und kriegt keinen Schaden und so weiter, man kann sich auch nicht hitten. Ähm, und ja, danach kommt man halt zu einem 1 gegen 1, da muss man dann einfach nur gegen jemanden spielen und ihn töten. Und danach kommt man zu einem FFA, da sind dann halt alle, die noch am Leben sind, gegeneinander. Und das Ganze in der Lobby halt, also die Map, die ihr eben in der Lobby gesehen habt, ist halt die FFA-Map. Und das ist eigentlich ziemlich witzig. Ähm, ich finde es halt, es ist natürlich ein bisschen blöd, wenn man, also wenn man im FFA ist und dann halt drauf geht, dann wird man nicht abgeschoppt und so weiter. Ist halt super im FFA, aber ich finde die Idee eigentlich ziemlich nice. Ich suche das jetzt zwar nicht so, aber ich finde es schon eigentlich eine nette Idee. Ähm, und ja, keine Ahnung, wahrscheinlich kennt ihr den Spielmodus eh schon, weil jeder so ein Video macht wie, keine Ahnung, neuer Spielmodus oder so. Gibt's ja immer, es gibt ja auch immer hier eine neue Map und so. Und jetzt habt ihr gerade gesehen, die Chess wurden refilled. Äh, jetzt muss ich ganz schnell raus und nochmal zu der T2 gehen, weil wegen, ich brauch noch, ähm, eine bessere Hose. Ja, eine bessere Hose. Und vielleicht ist es euch schon aufgefallen, meine Maus verzieht sich manchmal so ein bisschen. Ähm, es liegt daran, dass ich meine Maus kaputt gemacht habe. Ja, richtig uncool. Und zwar, ähm, muss ich ja nicht erzählen, wie das passiert ist. Aber auf jeden Fall ist sie halt, oh Gott, ich kann gar nicht mehr damit, boah, ich kann mich gar nicht mehr bewegen damit. Ähm, naja, auf jeden Fall ist meine Maus halt kaputt gegangen. Eine Makro ist zum Beispiel rausgebrochen, also eine, so eine Extra-Taste ist halt irgendwie rausgebrochen. Ich weiß ja nicht, wie das passiert ist oder so. Ähm, aber auf jeden Fall ist sie kaputt. Und deswegen, äh, sag ich übels, weil irgendwie, ich kann, es fühlt sich komplett falsch an damit, sich zu bewegen. Und wenn jemand schon mal eine kaputte Maus hatte, dann weiß er, was ich damit meine. Das ist halt echt komisch, ähm, so zu spielen. Auch wenn man jetzt gegen so ein, so ein, was auch immer das hier ist, so ein, keine Ahnung, ist das ein Zombieschwein oder so. Ähm, ja, auf jeden Fall ist es halt echt richtig dämlich damit zu spielen. Und ich hasse das einfach so sehr, das ist ein richtig ekliges Gefühl. Ähm, und ja, deswegen werde ich mir wahrscheinlich eine neue kaufen. Und wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, dann könnt ihr das auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben, weil ich hab jetzt nicht so viel Plan von Mäusen. Aber ich würde mir halt irgendeine Maus kaufen mit vielen Extra-Tasten und einer hohen DPI und so weiter und so weiter. Weil ich das eigentlich relativ wichtig finde. Und, ähm, ein Kumpel von mir, Alter, hat mir gerade eben gesagt, dass die Rocket, äh, irgendwas, XRT oder so, oder irgendwie sowas soll cool sein. Äh, die hab ich mir angeschaut, die war eigentlich ganz cool. Die, äh, ging auch vom Preis her und keine Ahnung, ich hab jetzt, wie gesagt, nicht so viel Ahnung. Also wenn ihr irgendeine richtig coole Maus habt, die halt, ähm, halt Extra-Tasten hat und hohe DPI und sowas alles, das wäre richtig cool, wenn ihr mir dann so ein paar Tipps geben könntet. Ähm, Preis ist eigentlich komplett egal, weil ich finde, wenn es eine gute Maus ist, kann man auch viel Geld dafür ausgeben. Oder wenn es eine gute Maus ist, kann man natürlich auch irgendwie 5 Euro nur ausgeben, wenn sie gut ist. Ich meine, warum nicht, ne? Ähm, was ich vielleicht noch erwähnen könnte, ist, dass man halt 20 AP hat. Und das ist richtig komisch, weil ich hab normalerweise meine Makro für F5, äh, also das war halt die F5 Makro, die rausgebrochen ist. Und jetzt muss ich halt auf die Makro-Ortkin, auf der ich normalerweise, ähm, Musik habe. Und so mach ich jetzt halt F5 und das ist halt übelst komisch, das fühlt sich richtig scheiße an. Ähm, da drauf zu hart gehen und, oh Gott, ja, ich werde da einfach hängenbleiben. Und hallo, mein Freundchen. Na, 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 ich laufe einfach mal weg. Da, 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 okay, warum bin ich eigentlich weg? Ach ja, ich habe eine neue Hose, cool. Das trifft sich ja, würde ich mal sagen. Okay, das war ein nice Double-Hit. Ihr müsst mir nicht sagen, dass ich ping habe, das habe ich nicht. Ich habe dann mal einen glücklichen Moment oder so, habe ich ihn getötet. Oh, Tatsache. Oh, nein, nein. Och Gottchen, och Gottchen, och Gottchen. Man wird einfach nur abgestaubt, das ist einfach immer so. Oh Gott, fuck, my life. Lol, Jimmy Keeped. Oh Gott, ich kässe hier gerade richtig übel. Ich glaube, ich verstecke mich einfach mal ein bisschen. Gucken wir mal, was ist das? Na, 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 na. Und dieses andere Premium dahinter. Wie heißt der? X-Rox. Sorry, lol, lol, lol. Hat auf jeden Fall so Dinos genannt von Iron von dem. Ähm, pass ihn mal ein bisschen auf. Er schreibt, teaming isn't allowed. Und er wird einfach zerteamt. Und ich booste ihn mal ein bisschen zurück, wollte ich gerade sagen, weil es wäre eigentlich ganz cool, wenn er tot ist. Weil er hätten wir auf jeden Fall den guten Spieler schon mal raus. Also ich denke mal, dass er gut ist. Er wirkt relativ gut eigentlich. Ähm, oh Gott, das ist so dämlich, weil ich kann mich nicht so weit drehen, wie ich es eigentlich wollte. Also wenn ich mich so drehe, dann müsste ich mich eigentlich schon umdrehen. Das ist richtig komisch. Also das ist jetzt wahrscheinlich für euch denkt ihr so, ja, du bist ja wohl hinter der Regner. Aber wenn ihr einmal mit einer Maus gespielt habt, die halt nicht so ist, wie ihr. Oh Gott, das ist richtig schlimm einfach. Ich habe mich mal ein bisschen raus und reinge voll, weil dann dürfte ich auf jeden Fall alles nehmen eigentlich. Ähm, ich verstehe mich im Gebüsch wie ein Lol. Ähm, naja. Ich lasse mal den Affen auf den Typen gehen. Ähm, ich mache mir ein Eisenschwert eben schnell. Man kriegt ja auch so, ich habe ja gar keine Sticks, lol. Aber man kriegt ja auch so, also es gibt auch, oh, was ist hier mitbekommen? Ne, okay. Man kriegt ja auch so, äh, Crashing Benches kann man finden. Und man kann Eisen, glaube ich, in allen Kisten finden, also nicht nur in Tattoos. Und auf jeden Fall hat man dann halt so ein Portable, äh, Dings in Zalt. Also man kann die halt mit rumschleppen. Und ich glaube eigentlich nur einmal benutzen. Keine Ahnung, ob das jetzt nochmal funktioniert hat. Aber auf jeden Fall ist es eigentlich recht cool, die Idee. Auch mit einem sich so Workbenches, die man mitnehmen kann, finde ich eigentlich eine richtig nice Idee. Für SG an sich, also für das richtige SG, finde ich es jetzt vielleicht nicht so cool. Weil, naja, es ist halt dämlich, wenn man überall jederzeit craften könnte. Aber, ja, auf jeden Fall finde ich, den Spielmood ist eigentlich ganz nett. Und, oh, jetzt kommt der doch an, Alter. Ich dachte, so er läuft weg und der kommt ja trotzdem nochmal an. Richtig uncool. So, wo haben wir denn die ganzen Leute? Boah, ich dachte, da ist jemand. Ich habe 28 Pfeile, Jungs. Ist hier noch irgendwas bei, was ich brauchen könnte? Bap, 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 bap. Da, 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 oh Gott, die Maus. Oh Gott, das ist richtig eklig. Ich kann die gar nicht so richtig über die Items ziehen. God. So, das ist noch nach unten. Okay, dann gehen wir jetzt mal rauf. Würde ich mal sagen. Ich team einfach mal mit dem anderen Team auf den hier mit der guten Rüstung. Beziehungsweise ist es kein Team. Ich muss es ja machen, weil er hat ja hier die beste Rüstung. Das war richtig schlau von ihm gemacht. Er macht OP-Tentee und dann fällt er ins Wasser und kriegt erst mal den ganzen Schaden. Ich kann ihn nicht hitten. Was? Lol. Ja. Okay. Ich glaube, das hat man jetzt ganz deutlich gesehen, dass ich ihn nicht hitten konnte. Okay, er hat mich jetzt auch gerade nicht getroffen. Oh, gosh. No way, my fucker. Wahrscheinlich hittet er mich gleich nochmal. Höh. Okay, das war ein ganz nicer Turn eigentlich. Abgesehen davon, dass es nicht wirklich ein Turn war. Warum geht der denn nur auf mich? Okay, das war bad, das war bad, das war bad. Ich ihn nicht hitten kann. Was zum Fick? Warum treffe ich ihn denn gar nicht? Vor allem, warum geht der denn nur auf mich? Okay, er muss auf mich gehen. Hä? Jungs. Oh, Gott. Jetzt habe ich davon nichts bekommen. Ja, ich habe ihn einmal getroffen. Nein, da sind die anderen beiden. Ich muss hier raus. Nein, er kommt. Nein, er kommt nicht. Er kommt nicht. Hä? Aber warum konnte ich den gerade... Okay, ich kann ihn einmal so gar nicht treffen. Ich glaube, das hat man aber auch gesehen, dass ich ihn gar nicht getroffen habe. Jetzt geht der... Oh, Gott. Also, ich glaube, das hat man gesehen, dass ich ihn nicht treffen konnte. Nein, geht bitte nicht auf mich. Gottchen. Ich bin Solo. Ich bin Solo. Oh, Gott. Oh, Mann. Ich kann die Maus gar nicht so... Oh, das ist richtig dämlich. Oh, Gott. Ich hasse das. Ich brauche unbedingt eine neue Maus. Ja, wir gehen ins Wasser. Oh, Gott. Ich treffe ihn einfach nicht mal, wenn man was... Ich treffe ihn einfach nicht mal, wenn er im Wasser ist. Ich mache mir jetzt eben schnell... Eisenschwert, würde ich sagen. Oh, Gott. Ich kann einfach... Jungs, das ist richtig eklig, so zu spielen. Richtig eklig. Das noch unten. Okay. Oh, fuck. Ach, Gott. Ich kann gar nicht richtig weglaufen. Och, Mann. Ich flame die ganze Zeit, dass meine Maus so scheiße ist. Aber es ist auch einfach so. Okay. Das war eigentlich ganz nett. Ich greife ihn jetzt mal an. Ich habe ihm zwei Hits gegeben. Drei Hits gegeben. Ich bin sogar immer getroffen, weil er mich nicht getroffen hat. Oh, ich kann nicht mit der Maus aimen. Was zum Fake? Und ich schieße einfach nicht mehr den Fall, wenn ich geaimt habe. Oh, Gott. Das wird auf jeden Fall richtig lustig, jetzt noch zu gewinnen. Das wird übel schwer, glaube ich. Weil ich kann einfach... Ich kann mit der Maus nicht spielen. Also, so wie sie jetzt im Moment ist. Okay, das war knapp. Aber halt nur knapp. Okay, das war jetzt richtig Gomme. Okay, den habe ich. Oh mein Gott, der andere wird mich so abstauben, ne? Der andere wird mich so abstauben, der andere wird mich so abstauben, der andere wird mich so abstauben. Okay, da hinten ist auch... Habe ich denn? Ich habe drei Diemanden. Das ist geil. Aber ich habe auch so einen anderen Typen ja am Arsch kleben, sozusagen. Arsch kleben, was labere ich? 60 Sekunden noch. Ich würde sagen, bis 20 Sekunden regge ich und dann gehe ich mal drauf. Ich würde sagen, ich poste bei mir einfach mal, oder? Ich habe ihn getroffen, ich habe ihn getroffen. Ich habe ihn getroffen, lol. Okay, ich gehe drauf. Ich glaube, der ist slower als ich. Außerdem habe ich besseren Stuff. Nein, ich hoffe nicht weg. Nein, ich bin ins Wasser gefallen. Okay. Zwei Hits, drei Hits. Oh Gott, get rekt. Stirb. Ich töte einen Affen, ich töte einen Affen. Ja, ich habe gewonnen. GG. Ähm. Oh Gott. Mit dieser Maus zu gewinnen, das ist eigentlich voll die Challenge gewesen. Weil es ist echt richtig schlimm. Ich finde die Feuerwehr eigentlich ganz nice am Ende. So, auf jeden Fall freue ich mich, dass ich mit der Maus tatsächlich eine gute Runde hinbekommen habe. Und ich würde einfach sagen, ich hoffe, euch hat das Video so weit gefallen. Ich hoffe, euch gefällt das richtig geile neue Intro. Also, ich will jetzt nicht zu parteiisch sein, aber ich finde es echt ziemlich nice. Ähm, außerdem hoffe ich, dass ihr das versteht wegen der Maus und so, dass ich... Oh Gott, das ist richtig schlimm und so. Ähm, aber ja, also ihr könnt mir dann auf jeden Fall nochmal die, äh, die... Eure Meinung zu diesem Spielmodus in die Kommentare schreiben. Das ist eigentlich voll viel, was ich in dem Video erzählen wollte, aber ist ja auch egal. Ich werde jetzt einfach mal den einen Gem, den ich jetzt gerade bekommen habe, hier einlösen. Mal gucken, was ich bekomme. Pam, 39 Tokens, wow. Ähm, also ich glaube, habe ich das erwähnt, dass man hier alle... Also, ich glaube, 1 zu 5.000 ist die Wahrscheinlichkeit, dass man hier einen Schneemann bekommen kann, als Haustier. Ähm. Ähm, das finde ich eigentlich ziemlich cool und, ja, den einen Kristall hier, den behalte ich, weil... Ja, das ist mein Glücks, äh, Enchanted Crystal. Ähm, naja, also ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen. Wie gesagt, bla bla bla, ich habe schon ziemlich viel angesprochen. Wenn ihr bis hierhin geschafft habt, schreibt einfach mal Hashtag Hero in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen. Und dann vielleicht auch mit einer neuen Maus, was auf jeden Fall richtig cool wäre. Ähm. Ähm, und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns irgendwann mal wieder. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Und ciao, ciao. 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 .